Ricktastisch geht es weiter mit der schwarzen Bullpup, so heißt sie hoffentlich, eine von den zwei neuen Waffen, die ich mir geholt habe von Season 4 Teil 2, hier schwarze Ballpup oder wie auch immer, jeder darf sie so aussprechen, wie er möchte, das ist sie. Wer irgendwie hört, dass meine Stimme ein bisschen anders klingt, ja, das ist korrekt, sehr aufmerksame Ohren, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber das ist schon am besser werden, dürfte heute der letzte Tag jetzt sein, ich mache Fallenlassen weg, auf dem Map West Style von Xstupify und erstelle jetzt einfach mal, so, obwohl 4 gegen 4 hätte auch gepasst, aber so geht das auch in Ordnung. Jo, dann würde ich mal sagen, kann es losgehen, ja, die Map ist sowohl Sniper als auch nicht Sniper, also geht beides auf jeden Fall. Deshalb auch die Waffe, denn die ist eine gute Mischung, die mit Einzelschüssen ist die auf jeden Fall sehr präzise. Genau, hier wurde sogar das neue Gras eingebaut, das kann ich auch mal kurz herzeigen, wenn man da drauf steht, gibt es in der Mitte so einen, wie ein MMORPG, seinen Buff oder Debuff, sieht man so, man ist verlangsamt, da läuft man also langsamer durch, wenn da jetzt nur ein Brick von dem ist, dann ist das nicht schlimm, aber, wenn man durch so ein Grasfeld läuft, hier, hat man es, oh, ich bin verlangsamt, Hilfe, so helft mir doch. Genau, ja, soweit, so gut, also, das ist die Waffe, ich kann sie mal kurz hier. Einzelschüsse geht auf jeden Fall sehr schön ab, habe ich schon herausgefunden. Und genau, jetzt müsste man nur noch ein paar Gegner finden. Hier drüben sind sie, oh, da laufen sie schon und ich habe keinen einzigen getroffen. My name, my name, naja, ich muss erstmal wieder halbwegs gesund, das ist nicht mal, ich bin nicht mal krank oder so, aber einfach meine Stimme. Wenn man ununterbrochen Videos macht, dann ist man so, oder dann ist die Stimme so anfällig irgendwie. Da hat man bei jeder kleinsten Kleinigkeit gleich irgendetwas mit dem Hals und ich war eben in Amsterdam und ich bin mir sicher, dort in irgendeiner Straßenbahn oder so, ich meine, da greift man ja die ganze Zeit, ich weiß es nicht, da greift man alles an. Da niest gerade jemand und der fasst dann den Türgriff an, dann greife ich den an und so geht es weiter und ja, keine Ahnung. Ich habe da auch so ein bisschen einen Fetisch, kann man nicht sagen. Die raffen schon wieder nicht, dass man nicht auf eigene Teammitglieder schießen kann. So, ich habe da so ein bisschen eine, wie soll ich das sagen, Fetisch ist das nicht. Jedenfalls, ich wasche mir 20 mal am Tag die Hände, aber wenn man in einem anderen Land ist und nicht zu Hause, da hat man nicht immer ein Waschbecken. Ich habe aber sogar was, das ist so eine Flüssigkeit und die desinfiziert recht gut. Gut, das hatte ich auch mit und das habe ich irgendwie 20 mal am Tag verwendet, aber keine Ahnung. Irgendwie, irgendwelche Bakterien kamen dann doch und jetzt hatte ich irgendwas im Hals, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich selbst, weil ich meine Stimme natürlich sehr gut kenne, mir fällt das am meisten auf, aber so sagen mir dann oft die Leute, nö, finde ich jetzt gar nicht, höre ich gar nicht wirklich. Aber mir fällt das eben schon extrem auf. Also, man könnte auf jeden Fall snipen, weil die Frage vorher kam. Aber man kann auch mit allen anderen Waffen hier spielen. So, genau, was ich so ein bisschen gemerkt habe, irgendwie, dass von Zeit zu Zeit, vor allem jetzt auch, obwohl ein neues Update kam, ein paar Leute so die Lust an Brickforce verloren haben und ich werde auf jeden Fall bald ein neues Projekt starten. Wo ich schon, wieso respawnen die schon wieder nicht? Wo ich schon so ein paar Dinge gemacht habe, wie zum Beispiel Spielen ohne Interface. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber so in der Art wird das auf jeden Fall. Wow, Osterei, nicht mit mir. Ah, das ist aber praktisch. Wenn man rückwärts läuft, sieht man auch, wenn man verlangsamt wird. Hier so durch diese Anzeige. Ja, das ist nicht so schlecht. Wo ist dieser Hase? Der ist schon wieder tot. Also, das wird kommen. Aber ich meine, manche machen dann so, oh nein, jetzt haben zwei Leute von meiner Freundesliste aufgehört. Brickforce wird zugrunde gehen. Für jeden, der aufhört, gibt es irgendwo einen anderen Spieler, der wieder anfängt. Von daher, darum muss man sich keine Sorgen machen in dieser Hinsicht. Ich zocke nebenbei auch ein anderes Game an, einen anderen Shooter. Auch von den Publishern von Brickforce. Hazard Ops. Der bockt auch auf jeden Fall. Also, yo. Und jetzt bin ich eher diesen Shooter gewöhnt. Zeig deinen Kopf. Er hat es nicht so ganz verstanden. Junge, du kannst nicht auf mich gehen. Du nervst des Todes. Solche Leute nerven einfach des Todes. Der wäre jetzt schon längst da gewesen, aber der hat noch den finalen Schuss abgefangen. Oh, jetzt ist der Tod, aber nicht meiner. Ach, das ist... Läuft. Läuft. Da habe ich wieder einen schönen Raum erwischt mit schönen Leuten. Die alle Lust auf Zocken haben. Also, ich habe sowas von Lust auf Brickforce. Nur eben dann solche Leute irgendwie, ich weiß es nicht. Sind die als Kind irgendwie dreimal in die Luft geworfen worden und leider nur einmal wieder gefangen worden. Ich kann es nicht verstehen. Irgendwas muss da passiert sein. Die haben auf jeden Fall alle keinen Bock auf Zocken. Die wollen nur... Ich kann es nicht so ganz verstehen. Ich weiß nicht, was mit den Leuten geht. Aber genau. Da muss ich noch schauen. Ui. Und wer hat zufälligerweise den letzten Schuss dann gemacht? Nicht ich. Sondern meine Bodyguards, die keine Bodyguards sind, sondern die sind eher Anti-Bodyguards. Die helfen beim Sterben. Und zwar bei meinem Sterben. Hier, das ist so... Mir fällt kein Wort dazu ein. Nicht Kondor-Haft. Es ist Kondor-Haft. So kann man das sagen. Die Map gefällt mir aber ganz gut. Eine Wilder West-Map. Ich habe auch wieder in den letzten Tagen mal eine Runde gemacht und da irgendwie zehn Maps angetestet. Die Map der Woche, die müsste ich auch noch... Aber keine Ahnung. Wow. Autsch. Der tut weh, dieser Kaktus. Die Map der Woche müsste ich auch noch bringen. Aber mal schauen. So, jetzt... Darf ich mich nicht nochmal vom Kaktus treffen lassen? Das wäre nämlich ein Kack. Das war kein gutes Wortspiel. Aber YOLO oder so. Was gab es sonst noch so? Ich meine, über die Vernichtung von Deutschland, also von Deutschland an Brasilien, muss ich, denke ich, nicht mehr reden. Ein Freund von mir sitzt am Sonntag... Man, er rafft es einfach nicht. Das gibt Igno. Ein Freund von mir sitzt am Sonntag genau im Flugzeug und der ist der richtige Deutschland-Fan. Und ja, der wird es leider verpassen. Aber da kann man nichts machen. Ich schreibe es ihm und ich bin auf seine Reaktion gespannt. Weil irgendwie... Ich kenne alle deine Videos. Aber irgendwie habe ich noch nie gerafft, dass dich das nervt. Aber ich kenne alle deine Videos. Ja, bestimmt kennst du alle meine Videos. Es gab ja noch nie ein Video, wo ich ausraste, weil mich fünf Leute aus dem eigenen Team die ganze Zeit stalken. Nö, gab es nicht. Ich kenne alle deine Videos. Ach so, das ist einer von denen, die wollen mit Absicht irgendwo. Ja, okay. Das ist ja kein Problem. Kann man ja machen. Wenn der mit Absicht Igno möchte, dann kann man das... Ja, wen? Was macht dieser Typ, Alter? Der ist auf Drogen. Ich dachte, ich komme aus Amsterdam. Aber anscheinend ist der noch immer... Der spielt von Amsterdam aus. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Der nimmt auf jeden Fall... Was auch immer du nimmst, bitte nimm weniger davon. Oder gib mir auch was davon. Das bräuchte ich auf jeden Fall, wenn ich mit dir spielen muss. Unfassbar. Unfassbar solche Leute. Ja, aber die Waffe gefällt mir. Ich muss sagen, sogar besser als die schwarze Amnesie. Oder hieß die so? Obwohl die auch nicht so schlecht war. Aber die gefällt mir auch ganz gut. Hier kommt man rauf. Ah. Oh, da habe ich irgendwo Giftgranaten gehört. Ich hoffe, von einem eigenen Spieler. Also obwohl das... Ja. Egal von wem. Ich hoffe, sowas kommt nicht mehr vor. So, jetzt ist sein Magazin leer. Ja, ja. Ballere, ballere, ballere. Ah. Ich sehe ihn durch seinen lustigen Hut die ganze Zeit. Oh, jetzt hier. Meine Chance. Ich rette dein Leben. Ich rette... Ah, jetzt habe ich mal abgestaubt. Ja. Das war die Abstauberei. Wow, was war denn das zur Hölle? Ach so, er hat sich selbst gekillt mit Giftgranaten. Und das finde ich auch so nervig. Ich meine, dass es keine Self-Kills mehr gibt. Oder dass die ja jetzt auch zählen. Das ist gut. Aber ich habe jetzt, weil sich der selbst mit den Giftgranaten getötet hat, habe ich jetzt einen Granatenkill. Das finde ich irgendwie dumm. Aber gut. Wenn der so krass fehlt, dass er nicht mal eine Giftgranate... Also, wer sich mit Giftgranaten... Ich verstehe das nicht. Wie kann man so... So gut sein? Wie kann man nur... Ah, oh, der snipet. Deshalb, ich dachte schon, was ist denn los mit dem? Der snipet. Und weil sein Aim im Keller ist, wirft er einfach Giftgranaten. So sieht es aus im Schneckenhaus. Genau. Aber dieser Hase... Ich denke mir die ganze Zeit, ich treffe den nicht. Aber der Hase leckt einfach. Der bleibt auch irgendwie länger liegen. Und dies und das. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Hier bin ich. Hallo. Jo, eine Minute muss ich noch rumkriegen. Dann war es das. Ich habe ihm im Prinzip nichts mehr zu sagen. Oder so. Nö. Aber er hat aufgehört. Wow! Er hat aufgehört, mich zu stalken. Anscheinend hat das geholfen, dass ich ihm geschrieben habe, Igno. Aber jetzt ist es sowieso schon egal. Ich habe einmal meine ganze Igno-Liste geleert. Und das... Dabei wird es auch bleiben. Ich habe da ganz klar gesagt, das und das und das. So sieht es aus im Schneckenhaus. Und ich spiele ja hier sowieso zu 100% mit Leuten, die mir nachstalken. Nein, er hört doch nicht auf. Er möchte einfach Igno. Wie gesagt, ich spiele zu 100% mit Leuten, die mir nachstalken. Sprich, Leute, die mich kennen. Sprich, Leute, die meine Videos kennen. Und ist ja nicht so, als ob ich das nicht oft genug erwähnen würde. So, ich schaue mal hier ins Portal hinein. Da war ich noch gar nicht. In der Goldmine. Ach, zufällig muss er jetzt auch hier gehen. Na ja, dann gehe ich mal zurück. So. Ich muss ihn abhängen. Zufällig hat er sich auch entschieden, wieder zurück zu gehen. Das muss man sich mal vorstellen. Und das den ganzen Tag in jedem Raum. Das ist einfach so enorm nervig. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie nervig sowas ist. Ich müsste den jetzt hier... Ah, nein, ich wollte den jetzt noch killen mit den TNT-Fässern. Das wäre schön gewesen. So, aber auf der Karte darf ich es nicht auslassen. Die war auf jeden Fall sehr schön. Karte mit einigen Geheimnissen. Western-Style pur. Jetzt habe ich Bock auf diese Pommes-Western-Style, obwohl ich die noch nie gegessen habe. So, der bekommt jetzt erst mal den hier, dann den hier und ich gehe raus. Ich weiß nicht, wie man das nicht raffen kann, dass man so sehr nervt. Aber ich werde das nach wie vor beinhart durchziehen. Und ich sehe auch jetzt schon, Schilling, hast ihn gekickt. Du bist so unfair. Ich hasse deine Videos. Du bist so unfair zu den Leuten. Ist mir vollkommen egal. Ich lasse mir von solchen unter Anführungszeichen Spielern den Spaß nicht kaputt... Jetzt kommt er dann her, den Spaß nicht kaputt machen. Aber das habe ich auch schon erlebt. Jetzt kommt er dann her, schreibt im Chat, Schilling hat mich gekickt. Leute, Schilling ist viel, ihm ist immer ganz nett in seinen Videos, aber so ist er arrogant. Er hat mich gekickt. Ich mache Screenshots davon, ich lade Video hoch. Toll, musst du nicht. Ich lade es auch hoch. Hier, kann jeder sehen. Ah, bitte. Bitte. Facepalm des Todes. Könnte nicht normal werden, Leute. Okay. Zum Glück tut Dummheit nicht weh, ansonsten müsste der echt... Beerdigung wäre morgen. Morgen wäre die Beerdigung, wenn Dummheit wehtäte. Okay. Und ja. Bricktastisch geht's beim nächsten Mal weiter. Geht in Deckung! Geht in Deckung!